Was ich jetzt auch mit dem Fahrrad werde, ist, ähm... Weißt du, worauf ich jetzt richtig Bock hab? Äh, Krambrötchen? Ich muss erst mal die Schmeißfliegen aus der Birne kriegen. Komm, Feldmann, bewegt die morschen Knochen! Darf ich blicken? Äh, ich schaue erst mal. Hey! War das gerade sie, war es da? Sie ist gespenst da. Was machst du denn da? Verzierung. Unser Leben braucht viel mehr Verzierungen. Wie sie sich in der Zeit verabschieden, dass sie sich in der Zeit verabschieden, dass sie sich in der Zeit verabschieden,